Das absolut Größte. Das werde ich in meiner Karriere nicht noch mal erleben, dass ich die Tour in Deutschland starte. Jetzt starte ich hier sogar noch mit dem deutschen Meistertrikot. Da freue ich mich schon sehr drauf und werde es auch sehr genießen, vor den einheimischen Fans zu fahren. Ich meine, die eigenen Ambitionen muss ich auf alle Fälle zurückstecken. Das weiß ich auch, weil dafür hat mich die Mannschaft eingekauft, dass ich Peter gut unterstütze und Raphael bei Gesamtwertung. Vielleicht klappt es in der letzten Woche, dass ich freie Fahrt bekomme, eine Fluchtgruppe gehen kann, aber das denke ich jetzt in erster Linie erstmal noch nicht.